Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen zu meinem neuen Blubber Blubber Vlog in der, wenn ich jetzt könnte, würde ich hier so einen Special Effect einbauen, in der Kossis Sport Special Edition. Ich habe euch in dem ersten Blubber Blubber Vlog ja schon erzählt, dass ich halt nur einen zweiten mache, der sich dann wirklich, oder in dem ich dann nur über diese ganzen Sport- und Abnahmedinger und so rede. Das mache ich jetzt nicht, weil ich unbedingt Bock drauf habe, euch das zu erzählen, wobei ich natürlich schon im Moment gerne darüber rede, weil es sehr viele Stunden meiner Freizeit natürlich einnimmt. Aber in erster Linie mache ich das, weil ihr so oft danach gefragt habt. Kossi, kannst du nicht mal ein bisschen über deine ganzen Sportsachen und so reden. Ich mache das zwar ja bei Instagram, das ist ja ein Klettverschluss gewesen, ich muss mal eben hier was auseinanderpupeln. Also bei Instagram ist es ja so, dass ich ganz viele Fotos da ja immer so hochlade. Nicht jeden Tag, weil ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche Sonntag, glaube ich war das, meinen Trainingsplan für diese Woche hochgeladen. Und dann wisst ihr ja eigentlich, was ich jeden Tag mache. Ich halte mich ja auch dran, zum großen Teil. Es sei denn, es kommen mal irgendwelche körperlichen Probleme oder so dazwischen. Dann lasse ich schon mal einen Tag den Sport ausfallen. Ansonsten mache ich ja sechs Tage in der Woche im Moment echt Höchstleistungssport. Also für mich zumindest, ne. Für mich war vor allem ja, war Höchstleistungssport schon, keine Ahnung, eine Stunde am Stück gehen oder so. Und ja, jetzt mache ich wirklich jeden Tag Sport, außer Sonntags. Da ist aber mein großer Pausentag, weil man muss ja auch den Muskeln und so etwas Zeit gönnen, sich zu erholen. Denn auch in der Ruhephase oder besonders in der Ruhephase können Muskeln wachsen. Ich bin heute ein bisschen, weiß ich auch nicht, rhetorisch unterbemittelt. Ja, das könnt ihr alles bei Instagram halt verfolgen unter dem Hashtag Sporteln mit Kossi. Da machen ja auch ganz viele mittlerweile mit von euch, die dann ihre eigenen Sporterlebnisse da fotografieren. Und ich gucke gerade so, weil wir da hier die Brille so unheimlich blendet. Aber ich kriege es nicht anders hin. Ich kann die Fenster jetzt nicht gerade an die andere Seite machen. Das geht irgendwie nicht. Oder die Lampe kann es jetzt auch sein. Aber ich musste schon ein bisschen Licht anmachen, weil es draußen schon ein bisschen dunkler wird. Und ich will ja, dass ihr noch ein bisschen auch von mir seht. Ja, auf jeden Fall könnt ihr das bei Instagram da halt so verfolgen. Und so sporadisch werde ich da immer mal was posten, ne. Weil wie gesagt, jeden Tag ist es so, ich will euch ja auch nicht nerven. Und da jeden Tag schreiben, ey, heute habe ich das und das an Sport gemacht. Weil es gibt zwar sehr viele Mädels vor allem, es gibt auch ein paar Jungs, die das interessiert, was ich da so mache. Aber ganz viele denken wahrscheinlich auch, boah, Kossi, ey, jetzt macht die auch noch Sport, ey. Ja, ich meine, ich könnte auch ein Filofax machen, ne, gestalten und Washi-Tapes und sowas. Das mache ich aber eben nicht, ne. Aber das ist ja im Moment auch so ganz in. Und da kann ich euch mal ganz kurz so sagen, bin ich echt froh, dass ich ja gerade 69 bin und dass ich diese Filofax-Zeit längst hinter mir habe. Das war so ungefähr vor 25 Jahren oder so, habe ich so ein Ding gehabt von Esprit damals schon, aus echtem Leder. Ja, habe ich dann irgendwann vor Monaten, ich habe mal mein Büro ausgemistet, da habe ich es dann leider weggeschmissen. Ja, sonst hätte ich es euch zeigen können, ne, als Rarität und so. Damals wurde es nur noch nicht so getunt wie jetzt heute, ne. Aber das ist zum Beispiel so eine Sache, die mich jetzt so gar nicht interessiert. Also da habe ich überhaupt kein Verlangen, das mitzumachen. Und da bin ich auch ganz froh drüber. Es geht ja auch ganz schön in die Kohle. Ja gut, ins Geld geht natürlich der Sport auch so ein bisschen. Selbst dann, wenn man ihn zu Hause macht. Aber meistens schafft man sich dann nur Dinge an, die man jeden Tag benutzen kann. Aber dazu kommen wir jetzt gleich später. Ich fange einfach mal an und erzähle mal, wie es so bei mir überhaupt zu dem Sport kam. Also eigentlich hat es ja angefangen mit meiner Abnahme. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erzählt. Deswegen schneide ich es nur ganz grob an. Ich habe also vor dreieinhalb Jahren angefangen mit Weight Watchers. Habe es dann aber sehr schludern lassen. Ich habe es mal gemacht, dann wieder nicht, dann wieder ja, dann wieder nicht. Ich habe natürlich abgenommen, zugenommen, abgenommen, zugenommen. Man kennt es ja, ne? Und letztes Jahr im Sommer sind halt so ein paar Dinge passiert, die so in meinem Kopf einen Schalter umgelegt haben. Und dann habe ich gesagt, nach meinem Geburtstag war das Ende Juli, habe ich gesagt, so am Dienstag fange ich wieder an mit Weight Watchers. Also für mich beginnt immer die Woche dann am Dienstag. Ich weiß nicht warum. Ich hatte früher immer montags. Aber dann habe ich immer so meine letzten Punkte da am Sonntag verbraucht. Und also Wochenende ist immer dann für mich so Fresswochenende. Also wo ich dann wirklich die Wochenextras da auch aufbrauche und so. Und dann war Montag, Wiegetag immer doof irgendwie. Und dann, deswegen habe ich das irgendwann geändert auf Dienstag, ne? Und dann habe ich gesagt, so Dienstag fange ich an mit Weight Watchers. Und dann ziehe ich das echt mal richtig durch. Ja, habe ich gemacht. Ich glaube, ich hatte es auch schon mal erzählt, dass es nur einen einzigen Tag gab. Das war irgendwann jetzt im Januar so. Da war ich so frustriert an dem Tag. Und da habe ich echt gesündigt. Also da bin ich über meinen Wochenextra. Das Wochenextra war schon aufgegessen. Und dann habe ich trotzdem nochmal zugeschlagen an einem Tag. Aber das war wirklich der einzige Tag. Und ansonsten habe ich es seit Ende Juli letzten Jahres konstant durchgezogen. Habe echt super abgenommen. Und fühle mich wahnsinnig viel fitter schon. Alleine durch das Gewicht, das ich halt verloren habe. Ich werde jetzt an dieser Stelle nicht sagen, wie viel es ist. Aber es ist schon sehr viel. Und da fühlte ich mich eigentlich echt schon so gut. Ich habe zum Glück auch nicht das Problem, dass ich jetzt so wahnsinnig viele Hautlappen habe oder so. Sowas habe ich im Fernsehen natürlich auch schon gesehen. Habe immer gedacht, oje. Und dann andererseits habe ich gedacht, weißt du was, ich habe lieber Hautlappen als halt die ganzen Kilos so drauf. Aber es hält sich in Grenzen. Also ich meine, man muss dazu sagen, jetzt bin ich auch nicht mehr die Jüngste. Und natürlich habe ich keine Figur wie eine 20-Jährige. Die werde ich auch nie wieder haben in meinem Leben. Aber es geht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, boah, jetzt schlackert hier alles so an mir rum. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich wirklich so viel trinke. Also meine 2, 3, 4 Liter manchmal am Tag Wasser und Tee. Ich glaube schon, dass es damit zusammenhängt. Aber das mache ich ja schon viel länger. Das mache ich ja schon seit 12 Jahren oder so. Und ich glaube schon, dass es damit zu tun haben könnte. Naja, aber auf jeden Fall war es dann so schon vor ein paar Monaten so. Da hat dann eine Freundin von mir gesagt, sie wollte mal gerne so ins Fitnesscenter. Boah, und dann habe ich so mit mir gerungen. Und habe so gedacht, naja, eigentlich hätte ich jetzt auch Lust so mich zu bewegen. Aber Fitnesscenter, oh, ist immer doof. Da musst du einen Vertrag abschließen. Und ich habe das auch schon gehabt vor über 20 Jahren. Da war ich zweimal Mitglied in so einem Fitnesscenter. Und da bin ich immer ein paar Wochen hingegangen. Da hatte ich keinen Bock mehr. Da habe ich ein Jahr gezahlt und habe gar nichts mehr gemacht da. Und das will ich nicht. Also dieser Druck, der dann da so von außen quasi so auf mir lag, der hat mir das Ganze dann irgendwie madig gemacht. Da hatte ich keinen Bock. Und dann habe ich natürlich überlegt, aber was für einen Sport könnte ich denn sonst so machen? Ich weiß nicht. Also irgendwie gibt es da ja gar nichts. Dann wusste ich nicht, boah, soll ich in so einen Verein irgendwie gehen? Aber welcher Sport würde mir da Spaß machen? Ich wusste es einfach nicht. Und dann hat das Ganze so im Kopf irgendwie immer so gearbeitet. Und bei Instagram war es dann irgendwann so, also ich habe da oder folge da auch Mädels, die halt auch Weltwatchers machen und so. Und über die wieder bin ich dann irgendwie immer wieder bei Shred gelandet. Und ich habe dann immer wieder gesehen, dass Leute Fotos gepostet haben von so Handeln. Und dann haben die ja drunter geschrieben, oh Shred Tag 15 heute war voll angestrengt und so. Und ich immer, ey, was ist denn diese Shred? Dann habe ich danach gegoogelt und habe dann gesehen, ach so, das ist so eine Fitness-DVD von Jillian Michaels. Und zwar hieß die dann damals ja Shred, schlank in 30 Tagen. Die sieht so aus. Und bis zu 10 Kilo in 30 Tagen steht da, kann man abnehmen. Ne, kann man, da steht nur bis zu 10 Kilo in 30 Tagen. Da steht gar nicht, ob man die abnimmt oder zunimmt. Fällt mir gerade mal so auf. Gut, wer natürlich jetzt glaubt, dass er schlank in 30 Tagen ist, ist natürlich ein guter Werbeeffekt. Aber ist ja klar, dass das nicht funktioniert. Also gut, wenn man eh schon schlank ist, kann ich mir vorstellen, nach 30 Tagen, dass dann wirklich die Muskeln auch definiert sind. So wie sie bei Jillian Michaels auch aussehen. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Bei mir sind die Muskeln zwar auch super definiert mittlerweile, aber die sind alle noch versteckt. Und da ist viel zu viel Speck, den ich so mit mir rumtrage. Aber ich arbeite ja dran. Und ja, dann habe ich halt dieses Video da immer, dieses Video, also dieses Shred immer gesehen. Und dann habe ich dann auch rausgefunden, aha, bei YouTube kann man sich so Videos angucken. Das habe ich dann gemacht. Bei YouTube sind die allerdings alle in Englisch. Ich habe das schon mal in einem anderen Video auch erzählt. Ich kann zwar Englisch natürlich, habe ich das in der Schule gelernt. Aber ich finde es auch immer sehr anstrengend, das alles so zu übersetzen. Und viele Dinge verstehe ich einfach auch gar nicht. Wenn die zum Beispiel gesagt hat, inhale, exhale. Habe ich immer verstanden, in die Hölle, aus der Hölle. Wenn du hier so Bauchtraining oder so Bauchmuskeltraining machst, oh ja, in die Hölle. Und dann entspannt es wieder aus der Hölle raus. Das habe ich immer so verstanden. So, dann habe ich das so drei, vier Tage gemacht. Und habe dann, also vorher, nee, gar nicht, war vorher, muss ich noch sagen, ich hatte mich natürlich erkundigt. Was braucht man für so einen Workout? Und habe dann gesehen, okay, ich brauche auf jeden Fall eine Fitnessmatte. Die habe ich mir dann gekauft. Und Handeln, die habe ich mir auch gekauft mit 1,5 Kilo. Mittlerweile kann ich sagen, ich habe die falschen Dinge gekauft. Also eine Matte ist schon wichtig, aber die, die ich habe, finde ich jetzt mittlerweile nicht mehr so gut. Ich muss da wirklich immer ein Handtuch drauflegen, weil wenn man da so schwitzt, dann ist die so rutschig und glitschig und so. Und wenn ich da aufstehe oder mich auch hinsetze, tritt man ja so mit den Turnschuhen in die Matte rein. Und da habe ich dann Macken darin. Und ich habe auch gesucht schon nach einer neuen Matte, auch mit einer Bekannten zusammen von Instagram, die mich da so ein bisschen coacht und so. Aber wir haben noch nicht die wirklich beste Matte gefunden. Also ich benutze immer noch meine. Aber jetzt mache ich auch nicht mehr ganz so viele Workouts wie am Anfang. Und diese Handel, die ich hier habe, die sieht zwar schön aus, weil sie pink ist oder rosa. Und deswegen, das war der Hauptgrund, warum ich die haben wollte. Die hat 1,5 Kilo. An sich ist die auch okay. Wenn man aber härtere Workouts macht und richtig viel schwitzt, ist die einfach zu glatt. Da sollte man darauf achten, dass man Neopren-ummantelte Handeln nimmt. Das weiß ich jetzt. Das wusste ich am Anfang aber auch nicht. Weil ich einfach merke, wenn ich halt schwitze, dann sind die so glitschig. Dann fühlt sich das so ein bisschen eklig an. Man könnte sich jetzt natürlich so fingerlose Handschuhe, da kommt man mal ganz übertreiben, wollte ich jetzt auch nicht. Gut, aber im Endeffekt braucht man nicht mehr. Also eine Matte, Tonschuhe und Handeln und dann kann man direkt loslegen. Und dann habe ich halt gemerkt, jo, das ist mein Ding. Ich habe das so drei, vier Tage gemacht. Natürlich hatte ich auch Muskelkarte, aber komischerweise nicht so, dass ich mich dann am nächsten Tag nicht bewegen konnte. Warum es so ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe dann zwar einmal gemerkt, so, oh ja, ich habe was getan. Ich habe es in den Beinen gemerkt. Ich habe es ja hier im Schulterbereich gemerkt, in den Oberarm und so. Später auch im Bauch. Ich habe es eigentlich schon überall gemerkt. Aber es war nie so, dass ich jetzt eben so ganz doll Muskelkarte hatte, dass alles wehtat. Zum Glück. Weil ich glaube, dann hätte ich auch keine Lust mehr gehabt. Und ich habe halt auch gemerkt, die Jillian, ey, die ist voll, boah, Jillian und ich, wir sind so. Weil die ist in meinen Augen so ein bisschen maskulin und ich mag so maskuline Männer. Also wie Pink auch zum Beispiel. Weil ich hatte mir auch andere Fitnessvideos angeguckt, aber da fand ich, waren es teilweise echt so Tussen. Also aus Amerika so, ne. Erstmal voll geschminkt und boah, weiß ich nicht. Da habe ich manchmal bei manchen Übungen, habe ich so gedacht, die denken, die drehen Porno, ne. Also die haben mir einfach nicht gefallen und die Jillian Michaels, die ist echt so, ey, die ist so ein bisschen Drill Instructure. Dass die wirklich sagt, komm und mach und nicht aufgeben und noch und noch und noch. Und die schnauzt sich auch voll an manchmal. Also so auf eine sympathische Art und Weise. Aber, und ich bin so ein Typ, der das voll braucht. Ich kann das nicht haben, wenn jetzt jemand da so anfangen würde mit, hey Korsi, mach doch mal die Übung so. So, und wenn du noch kannst, aber nur wenn du noch kannst, dann versuch doch nochmal die Übung zu machen. Und wenn du dann immer noch kannst, vielleicht nochmal. Also, da würde ich mich nicht ernst genommen fühlen irgendwie. Ich meine, ich fühle mich jetzt natürlich für den Jillian Michaels auch nicht ernst genommen. Aber natürlich, klar, ne, die ist ja nur auf einer DVD. Aber ich brauche einfach dieses, dass mir jemand sagt, bam, bam, komm und zieh das jetzt durch. Und tut es auch richtig weh. Und dann sage ich auch, ja, ja, es tut weh. Und das brauche ich. Also da muss man vielleicht dann auch der Typ für sein. Ihr müsst euch einfach mal verschiedene Fitness-DVDs so angucken bei YouTube. Zum Glück gibt es da ja ganz viele Wirkorts, die man sich angucken kann. Naja, und dann habe ich halt nach drei oder vier Tagen dann gesagt, geil, jetzt kaufe ich mir halt auch die DVD, weil die ist auf Deutsch. Und da habe ich dann gelernt, dass Inhale, Exhale einfach nur einatmen und ausatmen gehört. Ja, und das ist nämlich das Wichtige, finde ich zum Beispiel auch. Auch, weil bei der englischen Version habe ich gar nicht richtig geschnallt, wenn die dann gesagt hat, dass dann die Füße zum Beispiel hüftbreit auseinander stehen sollen oder etwas breiter als hüftbreit. Das habe ich auf Englisch gar nicht kapiert. Und das sagt die dann natürlich alles hier in dieser synchronisierten Fassung. Und das habe ich dann 30 Tage gemacht. Also 10 Tage lang macht man Level 1, 10 Tage Level 2 und 10 Tage Level 3. Ich habe es jeden Tag hintereinander gemacht. Ich habe es in einem anderen Video schon mal erzählt. Einen Tag musste ich pausieren, weil ich hingefallen bin. Da tat mein Knie halt so weh. Und ansonsten habe ich es wirklich jeden Tag durchgezogen. Ey, und wirklich bei Hitze. Es war teilweise so heiß. Ich hatte teilweise 26, 27 Grad hier in der Wohnung. Es war ja im Sommer. Aber ich habe es trotzdem durchgezogen, weil ich einfach so ehrgeizig war und gedacht habe, ey, weißt du, wenn andere das schaffen, warum soll ich das nicht auch schaffen? Und ich habe zwar immer die Anfänger-Version gemacht. Also da sind immer, ja, kann man jetzt hier schlecht erkennen auf der DVD, da sind hinter ihr stehen immer zwei. Das ist einmal Anita und Natalie, glaube ich, heißt die. Aber ich bin immer Team Anita Anfänger. Die macht dann die Übung immer so ein bisschen abgewandelt und so. Und selbst jetzt würde ich immer noch nur die Anfängerübung machen. Selbst jetzt kann ich keine richtigen Liegestütze. Ich muss immer die Knie noch auf den Boden machen. Das schaffe ich einfach nicht. Und ich will es ja auch nicht übertreiben, sondern mich da halt langsam rantasten. Ja, und dann habe ich halt diese 30 Tage durchgezogen und habe natürlich schon überlegt, ja, aber was mache ich denn danach, wenn die 30 Tage rum sind? Dann hatte ich im Internet gesehen, dass viele dann weitergemacht haben mit Ripped in 30 oder so ähnlich heißt die DVD. Die gibt es aber noch nicht auf Deutsch. Die gibt es nur auf Englisch. Und da habe ich gedacht, nee, also auf Englisch tue ich es mir echt nicht an. Habe dann geguckt, was gibt es noch so von ihr und habe mir dann die Bauchbeine-Po-Intensiv-DVD zugelegt. Ich habe später erst gesehen, dass es Bauchweg in sechs Wochen noch gibt, wo ich denke, das wäre bestimmt harmloser gewesen. Aber okay, Kossi musste direkt die Intensiv-DVD machen. Da ist dann ein Workout drauf, also nur ein Workout. Das geht aber dann eine Stunde. Man kann die einzelnen Workouts anskippen. Also ich gucke jetzt mal, also weil es gibt Ober- und Unterkörper ja und dann haben die hier Bizeps und Trizeps und keine Ahnung. Ich spule aber immer das ganze Ding ab. Also ich mache es wirklich von Anfang bis Ende 60 Minuten. Das habe ich dann nach Shred gemacht, aber nicht mehr jeden Tag, sondern jeden zweiten Tag. Und die anderen zweiten Tage dann habe ich anders genutzt. Und zwar habe ich im Keller noch ein Trimmrad stehen gehabt. So ein Erometer, also schon richtig so mit einem Display, wo du Kalorien auch einstellen kannst. Oder beziehungsweise der rechnet dir aus, wie viele Kalorien. Du kannst Gewicht eingeben, ob du männlich oder weiblich bist. Und es ist schon ein nicht schlechtes Ding. Es ist aber irgendwie 12, 14 Jahre alt. Stand auch fast genauso lange bei mir im Keller. Und dann habe ich zwei Jungs von meiner Freundin, habe ich dann mal gebeten, könnte mir das Ding mal nach oben tragen. Weil es ist echt schwer. Also ich könnte es jetzt nicht alleine die Treppe hoch tragen. Dann haben die mir das hier hingestellt. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich nur noch drauf gehen. Und dann habe ich halt immer jeden zweiten Tag halt Bauch, Beine, Po gemacht. Und jeden zweiten Tag habe ich angefangen, lass mich nicht lügen, ich glaube mit 25 Minuten. So, dass ich, ich glaube 10 Minuten langsam fahre. Dann bin ich halt irgendwie, nee, warte mal, ich weiß gar nicht. Oder 5 Minuten bin ich langsam gefahren. Und dann 20 Minuten schnell. Und dann nochmal zum Schluss ausgefahren. Also ich habe sehr langsam angefangen. Jeden zweiten Tag halt ein bisschen Ausdauer, so für die Kondition. Und so habe ich das dann eine ganze Zeit lang gemacht. Bis ich dann gemerkt habe, nee, Bauch, Beine, Po kann ich jetzt, habe ich jetzt. Ich habe Bauch und ich habe Beine und ich habe Po. Und dann habe ich mir eine andere DVD noch reingetan. Die heißt Extreme Shred, weil ich dachte, vielleicht ist die auch was für mich. Die sieht so aus, die habe ich ein ganzes Mal in meinem DVD-Player gehabt. Die hat mich aggro gemacht. Die hat mich richtig, richtig aggro gemacht. Weil mir persönlich waren da einfach zu viele Yoga-Übungen drin. Denn Yoga geht gar nicht. Ich habe mal einmal zwischendurch auch, habe ich gedacht, oh, ich probiere mal Yoga aus. Ich kenne das nicht, also von Karate Kid damals, in den 80er Jahren habe ich mir das mal angeguckt. Ich glaube, der hat auch mal Yoga gemacht. Irgendwelche komischen Hunde-Figuren und der grüne See und der goldene Käfig und keine Ahnung, wie die ganzen Dinger da heißen. Dann hatte ich mal so eine Deutsche da gefunden, die Yoga auch gemacht hat. Und habe dann gemerkt, boah, geht gar nicht. Das ist mir zu, ei, Kussi, ei. Weil, ja, wie gesagt, wenn schon Sport, da muss ich echt, ich muss es fühlen und ich muss mich bewegen und ich muss schwitzen und es muss bam, bam, bam machen. Und Yoga ist für mich so ein bisschen mehr wie Entspannung. Und ich habe auch nicht dieses Gleichgewichtsgefühl, dass ich da fünf Stunden auf einem Fuß stehen kann und der eine Fuß nach vorne, der andere nach hinten. Der dritte muss in den Keller die Wäsche aufheben. Also, ich schaffe das einfach nicht. Also, Yoga ist einfach für mich so, geht gar nicht. Und hier bei Extreme Shred waren leider viel zu viele Yoga-Übungen. Das hat mich wirklich so richtig aggro gemacht. Ich habe dann am Ende gesagt, weißt du was, Jillian, mach deine Scheiße noch alleine. Ich habe das Ding rausgepfeffert und seitdem habe ich die DVD auch nicht mehr drin gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das ging. Hier steht 45 Minuten. Ich glaube, ich habe es eine halbe Stunde ausgehalten oder so. Es ging gar nicht. Und dann hatte ich mir, ihr seht schon, ich bin total verliebt in Jillian Michaels. Dann habe ich mir den perfekten Knack Po gekauft. Und habe, also jetzt eigentlich ist es so, dass ich jetzt mittlerweile kombiniere. Also, ich hatte mal den Plan letzte Woche Sonntag, wie gesagt, hochgeladen bei Instagram. Ich rufe mir den jetzt mal auf, obwohl ich den eigentlich auch ziemlich auswendig kann, denn ich habe den diese Woche ja natürlich auch fast komplett gemacht. Ach nee, kann ich euch noch gar nicht erzählen, weil da kommt ja noch was anderes hinzu. Genau, ich habe dann also immer einen Tag Fahrrad fahren und am nächsten Tag ein Workout. Entweder Bauch, Beine, Po oder in letzter Zeit jetzt auch den perfekten Knack Po. Und dann habe ich mir aber zwischendurch noch, das muss ich nämlich auch noch erzählen, habe ich mir zwischendurch auch noch mal ein Steppbrett gekauft. Da hatte ich mir nämlich auch Videos immer angeguckt und habe gedacht, boah, ich glaube so ein Steppbrett, da hätte ich auch Bock zu irgendwie. Dann habe ich mir das gekauft in pink von Reebok. Es sah wirklich, wirklich geil aus. Es passte auch voll gut hier in meine ganze Sportler-Ecke, die ich jetzt hier im Wohnzimmer habe und so. Und ich war dann da auch ein paar Mal drauf und habe mir da auch Workouts bei YouTube angeguckt, habe mir auch eine DVD zugelegt und, beziehungsweise die hat mir jemand zugeschickt und so. Und dann habe ich aber gemerkt, puh, ich kriege ein bisschen Knoten in die Beine. Also wenn du da so Workouts machst oder so. Ich finde es schon sehr schwierig, diese Choreografien dann echt nachzumachen. Weißt du, so rechtes Bein da, linkes Bein da. Mit der Motorik, da hatte ich immer so ein bisschen Probleme. Und dann habe ich ganz viel Freestyle einfach darauf gemacht. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt Fernsehen geguckt habe und es kam eine Werbepause, bin ich auf mein Steppbrett gegangen. Rauf, runter, rauf, runter, rechts, links, rechts, links und so weiter. Ich habe einfach irgendwas gemacht auf diesem Steppbrett, weil ich dachte, es ist gut für die Kondition, es ist gut für die Beine und für den Po und so. Und das fand ich halt gut. Dann hatte aber in der Zwischenzeit mir eine Freundin erzählt, dass sie sich ein Bellicon gekauft hat. Ein Bellicon ist ein Mini-Trampolin, das sich von anderen Trampolinen in erster Linie unterscheidet, weil es keine Stahlfedern gibt, sondern die Matte, sag ich jetzt mal, wo man so drauf hüpft, die wird gehalten von Gummibändern. Also oder, ja, das sind so Gummibänder halt, ne? Die gibt es dann in verschiedenen Stärken, die sind ausgerichtet nach Gewicht und sowas. Und ich habe mir die Seite hin- und auswendig angeguckt. Ich glaube, ich könnte die jetzt eins zu eins kopieren, weil ich mir alles durchgelesen habe. Ich habe mir alle Videos angeguckt, die es dazu gibt und habe dann halt auch gesehen, dass viele Physiotherapeuten, die in der Praxis benutzen, vor allem einer, der da auch so bei Bellicon so ein bisschen mitmischt und so, hat mir da auch die Videos angeguckt. Ich habe gesehen, dass hier in einem Fitnesscenter bei uns sogar auch Kurse angeboten werden und die haben auch alle das Bellicon. Also es ist halt, es ist doch für alles irgendwie gut. Also es ist gut für den Rücken, es ist gut für die Verdauung, es ist gut zum Beispiel bei Depression und Demenz. Also ich habe da ja so eine Broschüre da auch bekommen und so hat mir das natürlich alles durchgelesen. Es fördert das seelische Wohlbefinden, also das so ins Positive bringt und bei Kreislaufproblemen und es ist irgendwie ein Allround-Sportgerät für alles irgendwie. Und das hatte sich halt eine Freundin gekauft und die war total begeistert davon. Und dann, seitdem ich das halt wusste, war ich immer wieder auf dieser Internetseite und habe es mir wieder angeguckt und oh, dann habe ich es mir zusammengestellt, weil man kann die da so kaufen, wie man die halt dann haben möchte. Ich habe das genommen in der mittleren Größe, also ich habe lange, lange, lange überlegt und irgendwann habe ich es mir dann halt gekauft, weil die Dinger sind schon sehr teuer. Natürlich könnt ihr auch ein Trampolin kaufen für 50 Euro, ich glaube aber nicht, dass ihr lange Freude daran haben werdet, weil ich glaube, wenn ich auf so ein Ding gehen würde und es fängt schon an zu quietschen, beim ersten Mal hätte ich schon keinen Bock mehr. Hier hört man wirklich nichts. Du kannst, wenn du willst, es mitten in der Nacht benutzen. Das Einzige, was du halt dann hörst, wenn keine Musik an ist oder so, ist natürlich ganz leicht dieses Geräusch von dem Stoff, sage ich jetzt mal, aber das ist nur so ein... ganz leise. Es ist manchmal so, wenn ich da drauf bin, dass dann, wenn ich keine Musik an habe oder so und ich mache es wirklich einfach nur so, um zu entspannen oder so und dann habe ich ja ein Sport-BH an und dann sage ich mal einfach nur so ein lockeres T-Shirt drüber, dann hörst du gerade mal so ein bisschen, wie der Stoff vom T-Shirt am Sport-BH schummelt. Aber das ist dann auch alles, was du hörst und das ist einfach total leise. Und ich habe das dann in der mittleren Größe genommen, also es gibt es in kleinen, mittel und groß. Ich habe gesagt, die empfehlen auch auf der Seite, die mittlere Größe wäre eigentlich so okay. Dann gibt es da entweder Klappfüße oder Füße, die halt so stehen. Ich habe die ganz normalen Füße genommen, erstmal weil es ein bisschen günstiger war und ich lasse es ja auch immer hier stehen. Man sollte auch einen Platz finden, wo man das Bellycon dann eigentlich auch immer stehen lässt, damit man, wenn man mal vorbeigeht, man sagt, ach, ich gebe jetzt eine Minute oder zwei Minuten da drauf, das reicht manchmal schon. Und dann habe ich es halt in Pink natürlich genommen. Also die Matte ist schwarz und, oder ich zeige euch das nachher mal. Wenn ich das Video zu Ende gedreht habe, gehe ich mal einmal da in die Ecke und zeige euch das. Und dann ist halt noch so ein Stoffband um diese Matte drum, die ist dann Pink und die Bänder sind auch Pink. Gibt es in verschiedenen Farben, in Grün, in Orange, in Lila, Furze, geblümt, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das dann genommen. Wie gesagt, es ist ein bisschen teurer und ich habe lange überlegt, aber ich dachte, ich habe nichts zu verlieren. Und ich möchte das unheimlich gerne machen, hatte mir da vorher auch schon Workouts angeguckt bei YouTube und habe gedacht, geil, weil eigentlich machen viele fast das, was auch Jillian Michaels macht. Es gibt da auch wirklich für Fitness und Cardio und Bauch und, ach, keine Ahnung, es gibt ganz viele verschiedene Übungen. In meinen Augen noch ein bisschen zu wenig. Also ich möchte gerne noch mehr Bellycon-Übungen haben und ich hätte vor allem noch mehr in Deutsch gerne. Also die, die ich jetzt im Moment mache, sind auch auf Englisch. Ja, auf jeden Fall habe ich dann halt dieses Bellycon bekommen und es wurde dann hier geliefert und dann habe ich hier die Beine da so dran geschraubt und habe schon gemerkt, es ist echt richtig super von der Qualität her. Also, weil ich erst dachte, oh, ich habe irgendwie Angst, da drauf zu gehen, da bricht das unter mir zusammen. Aber es kann nicht. Es ist ja auch nach meinem Gewicht so ausgerichtet. Also man kann da, da ist so eine Tabelle auch auf der Internetseite, da kann man genau sehen, für was will man das so beanspruchen und so. Und ich habe auch schon geguckt, selbst wenn ich jetzt noch weiter abnehme, dann kann ich das auch immer noch benutzen. Und man kann auch diese Bänder, die wie gesagt so nach dem Gewicht ausgerichtet sind, jederzeit tauschen. Man sollte die auch nach einer gewissen Zeit irgendwann mal austauschen, wenn die ausleiern oder so, aber das wird dauern. In Fitnesscentern müssen die das natürlich öfter machen. Aber da kann ich mir dann beim nächsten Mal, mal angenommen, ich habe irgendwie noch 20 Kilo abgenommen oder so, könnte ich mir jetzt auch andere Bänder kaufen, die dann mehr für das Gewicht dann zuständig sind oder so. Und die kann man ganz leicht austauschen. Ich habe mir das schon angeguckt, also man braucht die nur aushaken. Da kann man die neuen da reinmachen. Und diese Bänder kosten so um die 50 Euro. Das finde ich dann jetzt wiederum nicht zu teuer. Und ich kann das Teil halt irgendwie immer benutzen. Ja, das wurde dann geliefert. Und wie gesagt, dann habe ich die Beine da dran gemacht. Und dann bin ich erst mal ganz vorsichtig. Ich habe mich so am Stuhl festgehalten und habe mich dann da drauf gestellt und dann erst mal so ein bisschen so ausprobiert. Ui, 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 ui. Habe ich natürlich dann gemerkt, Gleichgewicht ist ein Problem. Und war in dem Moment auch, als ich das erste Mal da drauf war, hatte ich eh Hunger. War dann so ein paar Minuten da drauf und habe dann gemerkt, puh, mir wird ganz schön übel. Dann habe ich noch so gedacht, boah, finde ich habe ich dieses Problem nicht öfter. Habe ich dann aber nie wieder gehabt. Also ich bin nie wieder hungrig auf dieses Bellicom gegangen. Und es ist dann eben mit der Zeit so gekommen, dass mein Gleichgewichtssinn auch immer besser wurde. Mittlerweile gehe ich da drauf und bin auch total unvorsichtig mittlerweile. Ich meine, ich bin auch schon ein paar Mal richtig hochgesprungen. Richtig, yay, mit Schwacke so. Und einmal habe ich dann den Fehler begonnen. Das steht hier so, wenn ich rechts gucke, habe ich da einen Spiegel hängen. Und dann habe ich gedacht, ich will mal gucken, wie hoch ich springe. Und dann habe ich da reingeguckt und war abgelenkt quasi. Und habe dann den Halt verloren und habe mich volle Leute lang gemacht. Und zum Glück bin ich echt mit dem Poppes nur auf der Matte gelandet. Da ist nichts Schlimmeres passiert, aber mein Herzschlag, der ging, keine Ahnung, ich weiß nicht, was für einen Puls ich in dem Moment hatte, weil ich mich so erschrocken habe natürlich. Also man muss da schon ein bisschen vorsichtig sein, damit man da nicht runterknallt. Aber jetzt nach, ich glaube, drei Wochen oder so benutze ich dieses Ding jetzt jeden Tag. Und ich fühle mich mittlerweile wirklich schon sicher darauf. Mache aber noch Anfänger-Workouts. Ganz am Anfang habe ich immer das Workout gemacht, was auf der DVD mitgeliefert wurde. Wobei ich jetzt mittlerweile weiß, dass das schon auch ein bisschen für Fortgeschrittenere ist. Aber hat mir trotzdem mal einen Spaß gemacht. Ja, und dann habe ich gemerkt, also ich habe es immer barfuß gemacht, weil die ganzen Workouts und so, da sieht man auch immer, dass die das barfuß machen. Und ich sage mal, wenn das jetzt so meine Füße sind, dann hatte ich am Anfang das Problem, wenn das meine dicken Zähne sind, hier an der Außenkante, tat mir das weh. Und dann war das auch immer ganz rot. Und da habe ich gedacht, boah, da kriege ich bestimmt so Hornhaut oder so, ne. Und dann habe ich mal bei Bellicom angerufen und habe gefragt, ob das so normal ist irgendwie. Oder ob ich vielleicht doch eine andere Stärke brauche von den Bändern oder so. Ich war da so ein bisschen verunsichert. Und dann haben die den Kontakt aber hergestellt zu eben diesem Physiotherapeuten. Mit dem habe ich dann auch telefoniert. Und er hat gesagt, das ist am Anfang normal. Und man kann aber auch das Bellicom auch mit Turnschuhen benutzen. Oder auch mit Socken, wenn da so eine ABS-Dingens da drunter ist, ne. Und dann, ich sollte doch mal ausprobieren, am Anfang sage ich mal 10 Minuten mit Turnschuhen und vielleicht die letzten 5 Minuten ohne und so, damit man sich dran gewöhnt an dieses Barfußding. Weil eigentlich, dieses Barfußgefühl mag ich eigentlich auf dem Ding. Weil das fühlt sich total schön an. Und ja, da habe ich das auch so gemacht. Und mittlerweile habe ich es auch nicht mehr, dass mir da der Zeh irgendwie wehtut. Also es war einfach eine ungewohnte Bewegung. Barfuß laufe ich normalerweise ja gar nicht rum. Selbst im Sommer, ganz selten nur. Und dann natürlich in Schuhen, ne. Und nicht einfach so auf der Straße. Und daran hatte ich mich dann irgendwie auch gewöhnt. Und jetzt mache ich immer, müsst ihr mal bei YouTube eingeben, hier Bellycon Beginner Workout oder so. Das sind so Zwillinge aus Amerika, die machen das ganz gut. Das mache ich immer. Klingt vielleicht doof jetzt, 20 Minuten nur. Aber ich verbinde das ja noch mit anderen Dingen. Und deswegen sieht mein Plan halt im Moment so aus, dass ich jetzt diese Woche zum Beispiel am Montag habe ich dann 20 Minuten dieses Training auf dem Bellycon gemacht. Und danach bin ich 60 Minuten mit dem Trimrad gefahren. Im Moment geht es nämlich noch darum, die Aussauger halt zu kräftigen. Ab nächste Woche wird das Radfahrtraining ein bisschen anders. Ich weiß noch nicht wie. Die Nadja, die mich da so ein bisschen, ja, habe ich ja gerade schon gesagt, ein bisschen briefed bei der ganzen Sache. Die wird mir dann sagen, wie ich das machen soll. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da geht es mir um Geschwindigkeit dann. Also wegen Cardio und so. Aber diese Woche war es dann halt so. Und 60 Minuten Trimrad, das ist schon sehr lange, ne. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr das auch macht, kauft euch eine Radlerhose. Habe ich auch gemacht mit so Polstern drin. Denn die ersten Male war ich nur so auf dem Fahrrad. Also da tat mir wirklich nach einer Minute schon der Po weh. Und diese Polster da in der Hose, das macht echt richtig was aus. Also ich meine, nach einer Stunde kann ich auch nicht mehr sitzen. Und da tun mir auch die Beine weh. Und ich bin froh, wenn ich runter bin von dem Ding. Weil ich es auch einfach langweilig finde. Also eigentlich mag ich das Trimrad gar nicht. Aber für das Ausdauertraining ist es eben optimal. Und da mache ich mir halt irgendeine Fernsehsendung an und gucke die eine Stunde. So und ja, aber es war schon hart. Also ich habe da in den 60 Minuten oft gedacht so, boah Natja, ich hasse dich. Aber gleichzeitig ist die Natja auch meine Motivation. Weil klar könnte ich ihr hinterher schreiben, ey, war voll gut. Und ich bin nur eine Viertelstunde vielleicht gefahren. Aber dann würde ich mich ja selber veräppeln. Und das mache ich natürlich nicht. Also habe ich wirklich diese Stunde da durchgezogen. Ja, dann habe ich am Dienstag 40 Minuten geht dieses Knackpo-Workout. Das habe ich dann gemacht. Da gibt es übrigens drei Level. Ich bin aber immer noch bei Level 1. Die anderen beiden Level habe ich mir auch noch gar nicht angeguckt. Also 40 Minuten dauert da ein... Oder zumindest Level 1 dauert 40 Minuten. Das habe ich dann gemacht. Und danach wieder 20 Minuten auf dem Bellycon. Also Bellycon diese 20 Minuten jeden Tag. Außer Sonntags. Da mache ich ja dann wirklich gar nichts. Und am Mittwoch war ich dann vorher wieder 20 Minuten auf dem Bellycon. Und dann wieder die 60 Minuten Trimmrad. Donnerstag habe ich dann 60 Minuten Bauch, Beine, Po gemacht. Und danach wieder das Bellycon. Am Freitag, also gestern, hätte ich 20 Minuten Bellycon machen müssen. Und auch eine Stunde Radfahrtraining habe ich aus körperlichen, gesundheitlichen Gründen nicht gemacht. Hat nichts mit dem Training zu tun, sondern so mit mir selber. Und heute habe ich auch keinen Sport gemacht. Und morgen mache ich auch keinen Sport. Aber das hat, wie gesagt, andere Gründe, die aber so mit kleinen körperlichen Wehwehchen zu tun haben, die nicht vom Sport kommen. Heute hätte ich dann wieder das Knackpo-Ding gemacht und 20 Minuten Bellycon. Und am Sonntag habe ich hier geschrieben, in der Nase bohren, atmen und das Ganze 24 Stunden lang. Weil ich eben sonntags dann gar nichts mache. Ja, so sieht im Moment dann jetzt halt mein Sport aus. Was ich euch noch zeigen möchte ist, man kann, wenn man auf dem Bellycon sitzt, natürlich Hanteln benutzen. Ist mir aber zu unsicher, weil ich immer denke, ey, wenn ich mich da lang mache und ich haue da so eine 1,5 Kilo Hantel durch die Gegend, weil ob man die dann noch festhält, weiß ich nicht, ist mir das zu gefährlich. Da habe ich mich auch im Internet schlau gemacht. Was kann ich da tun, um trotzdem was für meine Arme zu tun? Denn Schultern, Arme und Cardio, das sind so drei Dinge, die sind bei mir voll die Schwachpunkte. Gut bin ich echt im Bauch und Beine und Po. Also da habe ich schon mittlerweile ziemlich viel Kraft. Aber Schultern und Arme und so geht gar nicht. Ich habe hier so, ich habe zwar auch hier Muskeln schon. Ich meine, gut, kann man jetzt eh nicht sehen. Na, wenn man das sieht. Na, das ist jetzt du. Ich habe hier oben drauf irgendwie so auch so Muskeln bekommen. Hier so, wenn man das so, kann man das sehen, wenn ich die anspreche. Ich weiß, dass ich das früher nicht hatte, auf jeden Fall. Und ja, dann habe ich gedacht, was kann ich da halt so tun und habe dann gesehen, ach, guck mal da, es gibt Wrist Weights, also Handgelingsgewichte, die man sich einfach mal so umschnallt. Die habe ich dann natürlich in Pink genommen. Mit einem Klettverschluss werden die dran gemacht. Da gibt es natürlich auch verschiedene. Ich wollte jetzt schon welche haben, wo der Daumen auch drin ist. Das gibt mir einfach auch nochmal so ein sicheres Rissgefühl. Das sind jetzt welche von Reebok. Die haben ein halbes Kilo. Hört sich jetzt wenig an. Macht aber mal 20 Minuten auf dem Bellicom die Arme immer so und so und so. Da merkt ihr das schon ganz gut, ne? Und die mache ich dann jedes Mal halt, wenn ich aufs Bellicom gehe, mache ich die noch so dran und fühle mich damit halt sicher, weil das ist wie ein Handschuh, ne? Und man schwitzt da auch trotzdem nach 20 Minuten ganz gut drüber, aber ich finde die sehr gut. So, und dann hatte ich mir noch, das habe ich euch auch schon mal in einem anderen Video gezeigt, habe ich mir ja irgendwann mal hier dieses Nike Fuel Band SE gekauft. Das habe ich bestellt bei Nike.com direkt. Ich verlinke euch das alles hier unten drunter. Das ist einfach so ein Motivationsband. Also man kann sich da einstellen, man möchte am Tag so und so viel Fuel Punkte haben. Fuel Punkte ist jetzt so ein ausgedachtes Ding von Nike. Es geht einfach um Bewegung. Wie viel willst du dich am Tag bewegen? Da gibt es zum Beispiel ein, ach, heute möchte ich mich 2500, äh, möchte ich mich so bewegen, dass ich 2500 Fuel Punkte erreiche. Und dann war es wirklich am Anfang so, wenn ich dann gesehen habe, ey, scheiße, ey, schon abends und ich habe nur 2000, ne? Und ich muss aber 2500, dann habe ich auch zwischendurch nochmal, das ist nämlich auch eine ganz gute Sache noch übrigens für Menschen auch, die auch Übergewicht haben und sich so viel Sport noch nicht zutrauen. Also vor einem Jahr zum Beispiel wäre das für mich auch optimal gewesen, habe ich dann bei YouTube immer so Powerwalks gemacht. Müsste auch mal googlen, da gibt es zum Beispiel auch von Biggest Loser aus Amerika, ähm, Powerwalking Level, vier, vier Levels sind das, die habe ich dann auch ganz oft gemacht, die gehen auch nur eine Viertelstunde oder 20 Minuten und man schwitzt, aber man hat sich gar nicht so doll angestrengt, ne? Und da geht es halt nur so walken, auf der Stelle, nach vorne, nach hinten, zur Seite, so. Ähm, habe ich auch schon gemacht mit irgendeiner Amerikanerin, wo ich jetzt nicht mehr weiß, wie die heißt, das ging eine ganze Stunde, habe ich dann auch gemacht, aber das ist ja immer so wie spazieren gehen und trotzdem macht man irgendwas für seinen Körper. Und, ähm, das habe ich dann, wenn ich halt gesehen habe, oh nee, ich habe jetzt irgendwie gar nicht genügend Punkte, äh, heute gesammelt, habe ich nochmal eben schnell YouTube angemacht und habe mal eben eine Viertelstunde da irgendein Workout gemacht, ne? Das mache ich jetzt nicht mehr, weil dafür gehe ich dann auf meinen Bellycon. Also man sagt mit dem, ihr merkt schon, ich bin total verliebt in dieses Bellycon, und das ist auch wirklich so, ähm, ich habe den Stepper wieder verkauft, weil der stand einfach nur noch rum, oder dieses Steppbrett, ne? Weil ich alles viel besser auf dem Bellycon machen konnte und ich kann darauf ja auch warten. Natürlich nur auf der Stelle, nicht nach vorne und nach hinten und so. Aber, ähm, ähm, man sagt auch, oder dieser Physiotherapeut hat das auch gesagt, man soll schon eine Viertelstunde am Tag, also man meint dann eigentlich auch, man hat nicht viel getan, weil man vielleicht gar nicht so doll schwitzt. Also bei mir jetzt, ich schwitze manchmal schon, wenn ich es natürlich nach einer Stunde knackt oder mache oder so, ähm, schwitze ich natürlich schon. Aber, ähm, also man soll eine Viertelstunde am Tag das Ganze machen und ruhig zwischendurch immer mal ein, zwei Minuten. Und das geht halt in diese Tiefenmuskulatur. Und deswegen merkst du es in dem Moment, wo du es machst, eigentlich nicht. Aber, ähm, halt dann irgendwann so. Guckt euch die Videos einfach mal an, wenn es euch interessiert, ne? Also, ich bin auf jeden Fall total verliebt darin und ich möchte nichts anderes mehr haben eigentlich. Ähm, gut, ich habe ja, wie gesagt, das Fahrrad noch. Ich hätte gerne auch so einen Racer. Damit hat die Nadja mich da auch angefixt. Die hat mir ein Foto mal dann gezeigt von ihm im Racer. Also das ist auch wie ein Fahrrad, aber natürlich jetzt viel komfortabler. Das ist ja nur so ein altes Ding, was ich hier habe, ne? Oder, ähm, was mich vielleicht auch noch interessieren würde, wäre so ein Crosstrainer. Da habe ich aber noch nie irgendwas mitgemacht. Weiß ich nicht. Ist ja auch gut für Ausdauer so, ne? Aber das weiß ich jetzt nicht, ob das was für mich wäre. Aber das sind im Moment halt so die Dinge, die ich eben mache. Ja, das ist so mein Sport, ne? Die Ernährung parallel dazu. Und jetzt wollt ihr wahrscheinlich wissen, ja, Cossi, und wie ist das denn? Hast du jetzt durch den Sport mehr abgenommen oder so? Also ich glaube schon, ähm, ich kann mir vorstellen, dass man auch abnimmt durch Sport, wenn man normal weiter isst. Alleine dadurch, weil man ja mehr Kalorien verbrennt. Aber ich glaube halt, dass man natürlich besser abnimmt, wenn man gleichzeitig seine Ernährung auch umstellt. Bei mir war jetzt erst die Ernährungsumstellung und ich kann euch sagen, dass ich so im Schnitt gut 500 Kilo, würde ich kurz sagen, 500 Gramm in der Woche ohne Sport abgenommen habe. Dann habe ich ja Extreme Shred gemacht, habe in den 30 Tagen, ich glaube, das war nicht viel, was ich abgenommen hatte, weil ich zunächst zugenommen habe. Was ja auch normal ist, weil sich ja diese Muskeln bilden und Muskeln speichern Wasser. Und dadurch sind dann die Muskeln schwerer als das Fett im Körper. Habe ich dann halt am Anfang zugenommen und dann habe ich ein paar Gramm abgenommen. Dann hatte ich wieder eine Woche, wo ich zugenommen habe, wieder abgenommen. Aber seitdem ich dann konsequent den Sport mache, und ich mache den ja jetzt seit Ende Juni, würde ich sagen, habe ich im Schnitt auf jeden Fall mehr abgenommen. Also ich hatte eine Woche dabei, wo es eineinhalb Kilo waren. Wieso, weshalb, warum, weiß ich nicht. Es kann auch eine Schwankung gewesen sein oder so. Aber ich sage mal, so 700, 800 Gramm in der Woche habe ich im Schnitt jetzt mittlerweile schon. Also es geht schon besser. Und selbst, wenn ich jetzt nichts abgenommen habe, so auf der Waage, habe ich aber trotzdem das Gefühl, dass mein Körper sich verändert. Also ich mache für mich selber auch Fotos, so vorm Spiegel, die werde ich aber nie irgendwo veröffentlichen. Da habe ich dann meine Sportklamotten an, die halt ganz körperbetont sind und eng und so. So würde ich jetzt auch nie irgendwo hingehen, aber hier zu Hause sieht mich ja keiner. Und wenn ich mir aber diese Fotos dann so angucke im Laufe der Zeit, also da sieht man natürlich schon ganz schön Wandel, ne. Und ja, das ist schon okay so. Ja, und ich fühle mich halt körperlich viel fitter. Ich komme selten außer Atem mittlerweile in Situationen, in denen ich früher viel eher außer Atem gekommen wäre. Und bei so Kleinigkeiten, ob ich jetzt eine Wasserkiste trage oder meinen Einkaufskorb oder was weiß ich, also es kommt mir alles gar nicht mehr so schwer vor, wenn ich irgendwas trage. Und was mir auch immer auffällt, das ist immer so, wenn ich meine Spülmaschine ausräume und dann so meine Gläser und alles, was so weiter oben steht, ne, so irgendwo hinstellt, habe ich immer das Gefühl, bei jeder Bewegung, dass so meine Körperspannung viel intensiver ist. Also dass so eben unter meinem Fett diese Muskeln, die wirklich mittlerweile da sind, ich spüre die ja, ich kann Sit-Ups machen, das hätte ich im Juni nie im Leben geschafft. Also dass ich wirklich so vom Liegen, ne, so mit den Knien auch nach oben gehe und ich habe das Gefühl, mich schubst einer von hinten an. Das geht von ganz alleine, da sind plötzlich Muskeln, wo früher nie welche waren und so. Und diese ganze Körperspannung halt, ne, die merke ich. Also man sieht die, wie gesagt, nicht, bei mir ist noch genug Speck so drüber und ich bin auch nicht scharf drauf, da irgendwann so ein Sixpack zu haben, ne, weil ich will es ja nicht demonstrieren oder so. Ich möchte einfach das nur machen, um mich fitter zu fühlen. Natürlich möchte ich auch abnehmen, aber das ist nicht der Grund, warum ich den Sport mache. Ich nehme auch mit der Ernährungsumstellung ab. Oder mit der gesunden Ernährung eben, ne. Aber den Sport mache ich einfach, um mich fitter zu fühlen. Und ich fühle mich fit. Und dann fragt die mich auch oft so, boah, Kostina, wo nimmst du die Motivation her? Ja, also es gibt bei mir auch so Tage, wo ich dann schon den ganzen Tag denke, boah, diese Woche war das so, ne, boah, ey, wenn ich nach Hause komme, muss ich eine Stunde auf dieses scheiß Trimmrad, ey. Eine Stunde. Boah, hast du nicht Bauchschmerzen oder so? Oder Kopfschmerzen so als Ausrede, dass du da nicht drauf musst? Die Gedanken habe ich auch, ne. Aber ich weiß, wenn ich den Sport dann ausfallen lasse, ohne triftigen Grund, sondern nur durch Faulheit, werde ich abends im Bett liegen und mich ärgern. Und das ist dann so die Motivation, die ich habe. Und natürlich auch dieser Austausch mit Nadja. An dieser Stelle übrigens dann auch wirklich mal ein richtig dickes Dankeschön an dich. Ein schlankes Dankeschön an dich. Weil das motiviert mich ja natürlich auch, ihr jeden Tag zu schreiben, hey, ich habe das und das tatsächlich gemacht, ne. Das sind so zwei Dinge, die mich natürlich total motivieren, so. Und das macht halt Spaß. Und das ist geil, dieses Gefühl danach zu haben. Dieses, ey, ich liebe es, wenn ich dann aufgehört habe an dem Tag. Also ich mache ja jetzt eine Stunde oder anderthalb Stunden am Tag diese ganzen Sachen und der Schweiß läuft mir so runter. Und ich setze mich dann hier hin, habe das Handtuch hier wirklich so um den Kopf, weil meine Haare sind natürlich pitschnaster, ne. Also setze mich hier so hin und warte erstmal so, so dann entschwitze ich. Dann nehme ich immer mein iPad und gucke halt so ein bisschen hier Internet und so und entspanne da so bei. Und wenn ich aufgehört habe zu schwitzen, gehe ich duschen und dann creme ich mich ein. Und dann ist es jetzt mittlerweile ja dann meistens schon abends auch, dann ziehe ich meinen Schlafanzug an und dann lege ich mich hier auf die Couch und denke, es ist so ein geiles Gefühl dann, wirklich. Also dieses Gefühl danach ist super. Währenddessen fluche ich auch ganz oft. Ey, wenn ich da diese Stunde Bauch, Beine, Po mache, ey, dann gucke ich immer vor. Oh, boah, wann ist die Stunde endlich rum? Aber ich weiß einfach, ich brauche dieses geile Gefühl danach. Und das ist wirklich die Motivation, ja. Ich bin selber, also ich bin nie stolz auf mich, was andere Dinge so in meinem Leben angeht. Und jetzt erfahre ich das ja auch ganz oft in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis oder bei Leuten, die mich lange nicht gesehen haben. Es gibt Menschen, die mich gar nicht erkennen. Das ist mir wirklich passiert, dass ich so, ja, mit jemandem spreche und der guckt dann und ich. Hä, habe ich jemand im Gesicht? Ist jemand mit mir, ne? Und dann sagt er auf einmal, ey, ich habe dich nicht erkannt. Ich habe dich nicht erkannt. Weil ich natürlich, klar, jetzt so abgenommen bin, dann habe ich ja die Haare ab, wenn mich da wirklich jemand das letzte Mal mit lange angesehen hat. Natürlich, ich bin ein ganz anderer Typ geworden, ne? Und, ähm, warum möchte ich das jetzt erzählen? Warum möchte ich das jetzt erzählen? Jetzt möchte ich, ja, jetzt möchte ich ein Flow, ich bin hier aus dem Flow raus. Was möchte ich jetzt erzählen? Also, das ist so, ähm, wenn mir das halt auch jemand so früher gesagt hätte, ich hätte es nie geglaubt. Ich hätte es nicht geglaubt, wenn mir jemand vor über einem Jahr gesagt hätte, Kossi, irgendwann wirst du mal jeden Tag Sport machen. Da hätte ich gesagt, hm, mache ich wahrscheinlich drei Tage, ne? Weil, aber es ist ja jetzt schon ein, es sind ja schon ein paar Monate. Ich meine, ich weiß nicht, wie es in einem Jahr ist. Ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht. Und wenn nicht, müsst ihr mir immer wieder dieses Video zeigen und sagen, hier, Kossi, guck mal da, was du da gemacht hast und so. Und heute machst du gar nichts mehr. Aber, nee, ich habe schon die Hoffnung, dass ich auf jeden Fall damit weitermache. Natürlich auch, weil ich ja eben merke, es tut mir gut, ne? Und ich bin auch jetzt immer noch so im Kopf zumindest so, ähm, in diesen Gedanken, dass ich so überlege, wirklich in so einen Sportverein noch zu gehen, zusätzlich. Also nicht so ein Fitnesscenter da, ne? Ähm, aber wirklich so, wir haben ja hier so Sportvereine, so, wo man, Verein für Leibesübungen, ne? VfL zum Beispiel. Da kann man ja eintreten und dann kann man sich so, auch so wie Kurse dann aussuchen. Da kann man dann eben auch, ähm, Step-Aerobik dann auch machen oder, äh, Bauch, Beine, Po oder einfach nur Turnen oder so. Aber damit man so, ähm, einmal die Woche auch irgendwo so hingeht und mit Menschen zusammen Sport macht. Da brainstorme ich noch ein bisschen. Im Moment gucke ich immer im Internet und so, ne? Was kann man da tun? Eine Freundin von mir, die ist da auch in diesem Verein, aber die macht alles, was so mit Wassersport zu tun hat. Das ist jetzt nicht so meins. Ich möchte mich ungern in so einem Badeanzug zeigen. Ich müsste da schon so einen Taucheranzug anziehen irgendwie, damit man nichts so von mir sieht. Ja, aber, ähm, ja, im Moment habe ich da einfach so Lust zu. Und, äh, generell habe ich halt Lust, mich mehr zu bewegen. Und auch dieses Band motiviert mich, ja. Ähm, habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt. Wenn ich jetzt irgendwo halt hinfahre, dann parke ich auf dem Parkplatz ganz hinten, wo immer leer ist natürlich, weil jeder will ja ganz vorne immer stehen, aber ich parke dann immer ganz hinten. Und, ähm, dann laufe ich lieber ein paar Meter mehr. Oder natürlich Treppen steigen statt, ähm, Fahrstuhl und sowas. Ähm, oder, keine Ahnung, wenn ich jetzt früher die Mülltüte hier rausgenommen hätte und hätte gesagt, so, ja, morgen, wenn ich runtergehe, nehme ich den Müll mit, ne, dann schnappe ich mir die Tüte hier zu bringen, die jetzt runter und gehe die Treppen wieder rauf. Also, ich fühle mich insgesamt einfach agiler und fitter und, also, mir tut es gut, ne. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin hier voller Sportexperte, bei weitem nicht. Ich kann nur sagen, was ich mache. Ich kann nur sagen, dass es mir gut tut, dass es meinem Körper gut tut, dass ich keine körperlichen Einbußen habe. Manche Leute hatten ja Schwierigkeiten mit Schwert auch, dass sie dann Knieprobleme bekommen haben oder so. Also, ich kenne meine Grenzen. Ich weiß, dass Knie auch eine Schwachstelle von mir sind. Ich gehe dann halt nicht ganz in die Hocke. Ich mache es ein bisschen vorsichtiger oder so. Aber ich habe keine Probleme und ich habe keine Schmerzen und nichts und mir geht es gut, ne. Ja, und zu der Sportkleidung wollte ich auch noch was sagen. Ich hatte am Anfang, also mit normalen Joggyhosen und so angefangen und dann habe ich T-Shirts angezogen, alte T-Shirts, die mir eigentlich zu groß waren. Normale BHs dann auch und habe sehr schnell gemerkt, nee, also ich muss auf jeden Fall Sport-BHs haben. Die habe ich mittlerweile auch. Hampelmänner kriege ich damit aber trotzdem nicht hin. Also, wenn du mehr als 75 B hast und mehr als C und ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, aber dann hilft auch ein Sport-BH nicht. Aber die Hampelmänner kann ich jetzt super auf dem Bellycon machen, weil natürlich da das Ganze ja nachgibt und da kriege ich natürlich Hampelmänner super hin, ohne dass irgendwas stört. Aber ich musste auch ein Sport-BH anziehen. Ja, und dann habe ich halt irgendwann mir Sport-BHs gekauft und habe dann aber gemerkt, ja, aber die weite Jogginghose da und das weiße, weite T-Shirt. Und dann, oh, ich musste immer zupfeln, weil hier und da und bla. Ja, und dann habe ich mir halt so körperbetonte Sportsachen gekauft, die auch so, wie nennen Sie sich, atmungsaktiv sind, ne? Also, ganz eng anliegende Tops und da habe ich immer so eine, so eine, so eine 7,8 enge, so eine Leggings, ne, so da an und habe dann einfach gemerkt, da kann ich besser, mich besser bewegen. Also, weil dann schwimmelt mich alles so irgendwie, weißt du, also es ist dann einfach, ja, es ist alles fester, ne, wenn man sich dann bewegt so. Das ist vielleicht auch noch ein guter Tipp für jemanden, der so anfängt. Also, zumindest waren das Dinge, die mir eben so geholfen haben. Und, ja, das ist meine Sportler-Karriere. Ich glaube, jetzt habe ich im Moment eigentlich wirklich alles erzählt. Oder habe ich noch irgendwas vergessen? Ich hatte mir noch ein paar Stichpunkte gemacht, ich gucke noch mal eben. Das Einzige, was ich euch noch erzählen kann, ja, weil ja viele gefragt haben, wie nimmst du halt ab und so, da habe ich ja dann erzählt mit Weltwortschatz und Punkte sammeln und so. Und es ist ja auch nichts Schlimmes, ich meine, damit nehmen ja ganz viele Leute ab. Für mich ist es auch die einzige Abnehmform, die wirklich klasse ist, weil man auf nichts verzichten muss. Ich esse zum Beispiel jeden Freitagabend einen fetten Pot Benet Jerry's Ice, 500 Milliliter. Ich habe an dem Tag natürlich dann keine richtige Mahlzeit. Also morgens mal ein Porridge, mittags esse ich nur zwei Schnittchen oder so und viel Obst und Gemüse an dem Tag. Und abends dann dieses Ding und davon haue ich dann Wochen-Extras natürlich auch weg, diese Punkte. Also ich habe nicht das Gefühl, ich verzichte großartig auf irgendwas. Süßkram und so fehlt mir gar nicht mehr. Über den Punkt bin ich lange hinweg. Also es ist wirklich nur dieses Eis, aber da freue ich mich auch dann wirklich die ganze Woche drauf. Und das ist so ein, wie soll ich sagen, es ist so ein kontrolliertes Sündigen. Sündigen. Ich sündige ja noch nicht mal, weil es ja alles innerhalb der Punkte ist. Und viele sagen dann aber, ach nee, Weltwortschatz, ich weiß nicht, ob es was für mich ist und so. Und für die Leute habe ich dann auch noch einen Tipp, das hat auch eine andere Freundin von mir mal gemacht, es gibt so Kalorienzähler-Apps auch, kostenlose. Da kenne ich mich jetzt nicht so mit aus. Ich habe nur mal so geguckt, ich habe mir mal eine angeguckt, wie hieß die jetzt noch? Oh, wie hieß die denn jetzt noch? Irgendwas mit Pell am Ende. Fitness Pell oder so ähnlich. Die sind auf jeden Fall kostenlos und die haben dann auch die ganzen Produkte da eingespeichert. Im Prinzip wie Weltwortschatz, nur bei mir heißt es halt Punkte und da sind es eben die Kalorien. Die Zahlen sind natürlich größer, ne? Also irgendwas hat bei mir, sag ich mal, vielleicht drei Punkte und da sind es dann 835 Kalorien. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Kalorien ja nicht aus. Aber da müsst ihr auch Gewichtgröße und sowas eingeben und dann zeigt ihr euch an, so viele Kalorien kannst du am Tag verbrauchen, wenn du abnehmen möchtest. Und dann lässt du dir das über die App auch ausrechnen und das kostet gar nichts, ne? Also wie gesagt, eine Freundin von mir hat das gemacht. Fitness Pell, glaube ich, hieß das. Und es gibt bestimmt auch noch andere. Ich habe keine Ahnung, ich kenne diese Apps ja nicht. Aber so wenn ihr mal so einfach versuchen wollt, kontrollierter zu essen, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, das mal auszuprobieren, ohne eben jetzt bei Weltwortschatz da Mitglied zu sein oder so. Ich kriege da übrigens auch kein Geld für. Es ist keine Kooperation, dieses Video, was ich ja generell sowieso nicht mache, das wisst ihr. Das sind alles Dinge, die ich mir selber gekauft habe und niemand sagt mir jetzt hier, du musst das jetzt erzählen. Obwohl es jetzt teilweise anhört wie so ein Werbevideo. Aber ich bin einfach so begeistert von diesen Dingen halt, ne? Und ja, wer halt keinen Bock hat dafür, Weltwortschatz dann zu zahlen. Ich gehe da übrigens auch nicht hin zu diesen Treffen. Ich mache es komplett nur online oder mit der App vor allem nur. Also online schon am Computer. Ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Ich mache das alles über die App. Und finde es halt super praktisch, ne? Selbst wenn ich einkaufen gehe und ich denke so, boah, nehme ich den Joghurt jetzt mit oder nicht? Den kenne ich gar nicht. Dann gucke ich in meine App rein, wie viele Punkte hat der und dann entscheide ich, ob ich den kaufe oder nicht. Es ist einfach so, so einfach, ne? Und das geht aber eben, wie gesagt, auch mit diesen Kalorienzähler-Apps und so könnte das auch dann machen. Ja, das war jetzt wirklich alles. Das war mal die Sports Edition. Wenn es irgendwann mal gravierende Unterschiede gibt und ich mache vielleicht irgendwann mal was total anderes, kann ich ja gerne nochmal so ein Video machen. Aber ansonsten denke ich mal, habe ich euch jetzt eigentlich alles erzählt, was ich darüber so erzählen konnte. Und ja, werde jetzt heute und morgen noch meine sportfreien Tage genießen. Vielleicht, Belicon werde ich vielleicht ein bisschen machen, weil es ja auch so für die Entspannung irgendwie gut ist, ne? Apropos Entspannung. Ich habe früher immer ganz extrem Verspannung gehabt im Nackenbereich, ne? Klar, wenn man viel so am PC arbeitet und so. Und seitdem ich Sport mache, ne? Habe ich keine Verspannung mehr. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht, ne? Ich habe immer so gedacht, oh, ich hätte mal gerne so eine Massage. Oh, ist meine Anna in den Nacken massiert. Hätte ich auch jetzt noch gerne, einfach weil es sich ein bisschen geil anfühlt, ne? Aber ich habe nicht mehr diese ständige, oh, ich habe Verspannung und dann kriegt man dadurch Kopfschmerzen und so. Es ist wirklich weg. Natürlich viel auch durch die ganzen Armübungen, ne? Wenn man das ja nicht lockert dann alles und so. Und ja. Also Sport tut echt gut. Ich hätte es selber nie gedacht. Also Menschen, die mich ja schon länger kennen, die sagen natürlich auch, Kossi, was ist denn mit dir los? Dann sage ich, ich weiß es nicht. Aber es ist gut. Es ist gut so. Und ich will, dass es so bleibt. Ich hoffe, dass es so bleibt. Ja, vielleicht konnte ich euch damit ja wirklich jetzt auch so ein Stückchen motivieren. Ihr könnt gerne bei Instagram auch mitmachen, noch bei Sportel mit Kossi. Übrigens, da schreiben ja auch ganz, ganz viele, oder E-Mails kriege ich ja auch, ne? Dass ja ganz viele Leute da tatsächlich auch angefangen haben mit dem Sport. Und eine, wie hieß die jetzt? Warte mal. Ne, finde ich jetzt nicht so schnell. Nani, Bini oder so ähnlich. Nini, Bini, irgendwie so heißt die. Die hat sich jetzt Ombelicon gekauft, ne? Hat sie bei Ebay Kleinerzeigen ergattert, hat sie dann so geschrieben. Und fand ich total cool. Da habe ich gedacht, geil, ey. Also, ne? Sogar Bini-Kon wird nachgekauft. Und dann haben auch ganz viele so geschrieben, eben, dass die halt so dann jetzt motiviert, dass sie auch angefangen haben mit Sport. Und da war dann eine, die ist sogar jetzt so einen kleinen Marathon gelaufen. Hat mir ihre Urkunde bei Instagram da geschickt. Da weiß ich jetzt leider gar nicht mehr den Namen. Und das fand ich so klasse. Ja, das macht mich dann schon wirklich stolz, ne? Ach so, stolz. Das war es, glaube ich, vorhin, was ich noch sagen wollte. Dass ich eigentlich generell in meinem Leben jetzt nie, ich bin kein Mensch, der so stolz auf sich ist, ne? Ich habe bestimmt vieles erreicht in meinem Leben, habe bestimmt viele schöne Dinge auch erlebt und so, wo andere stolz drauf wären, wo andere sich vielleicht auch was drauf einbilden würden. Ich bin da ja so überhaupt nicht so. Aber wirklich das, was ich jetzt gerade in dem letzten Jahr geschafft habe, was meinen Körper angeht, also die Abnahme gepaart mit diesem Sport, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich stolz auf mich. Nee, eigentlich zum zweiten Mal in meinem Leben. Weil das erste Mal in meinem Leben war es nämlich so, als ich mit dem Rauchen aufgehört habe vor zwölf Jahren. Weil ich da auch immer gedacht hätte, das schaffe ich nie. Nie schaffe ich das. Und ich habe bis heute ja nicht mehr geraucht seit der letzten Zigarette. Das habe ich auch geschafft. Und da war ich schon sehr stolz auf mich. Und jetzt bin ich auch echt wirklich, wirklich stolz auf mich, dass ich das so bis jetzt zumindest geschafft habe. Und, ähm, ja, weil ich es halt nie gedacht hätte, ne? Dass ich jetzt selber mal so denken würde und so handeln würde. Und das ist einfach echt ein schönes Gefühl. Und dieses Gefühl könnt ihr auch haben. Und deswegen, wenn dann viele auch so schreiben, bockassi, ey, voll cool und nee, ich würde das nicht schaffen und so. Ich kann euch immer nur sagen, ey, also jeder, der, also nee, anders, wenn ich das geschafft habe, schafft es wirklich jeder. Glaubt mir das. Glaubt mir das wirklich. Ich bin der, der konsequenteste Mensch, was Inkonsequenz angeht, in Sachen Sport und Ernährung. Und wenn ich es so lange jetzt schon so gut durchgezogen habe, schafft es, schafft es wirklich jeder. Das war jetzt hier übrigens mein Fuelband, schon zum zweiten Mal, Leute. Der erinnert mich nämlich jetzt gerade dran, dass ich mich ein bisschen bewegen muss. Guck mal, hier steht, naja, es ist jetzt auch wieder, glaube ich, zu spät, ne? Da hätte der jetzt eigentlich hingeschrieben, stand jetzt so, go, Andrea, go, go, Andrea, go. Jetzt müsste ich mir fünf Minuten am Stück bewegen, was ich dann auch tun würde. Aber ich glaube, ich habe heute eben meine Punktzahl schon erreicht. Ja, nur nicht ganz. Noch nicht ganz. Aber fast. Aber es ist ja auch noch relativ früh am Tag. Ich habe da noch ein paar Stunden. Und, ähm, ja. Wenn ihr stolz auf euch sein möchtet, fangt einfach an. Guckt euch die Videos bei YouTube an. Es kostet erstmal gar nichts. Und guckt erstmal so, wäre das was für euch, ne? Und selbst auch für Menschen, die eben auch sehr übergewichtig sind, guckt euch diese Powerwalks an. Vor allem die vom Biggest Loser. Guckt euch die Menschen an, die da walken. Und wenn ihr die seht, dann sagt ihr, das kann ich auch. Ähm, das tat mir nämlich so gut, dass da mal nicht so schlanke Hüpfer dann rumgetanzt sind. So wie jetzt hier Jill Michael und ihre Mädels. Natürlich haben die eine geile Figur, ne? Aber wenn du dir die vom Biggest Loser anguckst, dann denkst du so, hey, guck mal, da könnte ich jetzt mittendrin stehen und ich würde gar nicht auffallen, ne? Also, ähm, das hat mich natürlich zusätzlich auch noch motiviert, das so zu sehen, ne? Dass diese Menschen ja auch abgenommen haben. Und was ich übrigens auch noch klasse finde, ist, dass Jill Michael, nämlich in Amerika, die Biggest Loser auch trainiert hat. Wusste ich nicht, das habe ich erst bei irgendeiner, ich glaube bei der Bauchbeine-Po-DVD, erzählt sie das dann so. Und, ähm, da habe ich gedacht, cool, jetzt ziehe ich mir noch sympathischer, ne? Und da müsst ihr euch auch mal angucken bei YouTube diese, ähm, wie heißt das nochmal? Lose It with Jillian. Die hat da so eine eigene Show oder so. Also, die trittst die Leute da richtig gut und dann denke ich so manchmal, ey, die müsste mal hier bei mir wohnen. Die müsste bei mir wohnen, da könnte ich mich noch mehr anstacheln, ey. Ich würde ja morgen schon aus dem Bett springen und 300 Liegestütze machen, wenn die hier bei mir wohnen würde und sagen würde, Kossi, und jetzt mach, jetzt mach, jetzt mach, jetzt mach. Ja, ich finde die einfach geil. Guckt euch die Videos einfach mal an, es kostet nichts außer ein bisschen Zeit und, ähm, vielleicht sagt ihr ja, ey, ich hab da jetzt auch voll Bock drauf, weil die Kossi hat das geschafft und, ähm, wenn die Kossi das schafft, schaffe ich das auch und glaubt mir das. Ich war jahrelang selber in dieser Spirale drin und kam da nicht raus und, ja, es mussten ein paar Dinge passieren, die mich dann dazu motiviert haben und jetzt bin ich hier, wo ich bin, ja. Aber es wird trotzdem kein Video geben, in dem ich auf dem Bennikon rumhopse oder so, haben nämlich die Leute auch schon gefragt, Kossi, wann gewinnt ich den mal sehen auf dem Bennikon? Ne, also solche Sport, äh, Videos wird es bei mir nicht geben, ich werde keine Übungen machen vor der Kamera oder sonst was. Ich mache das alles schön hier für mich alleine, dass es niemand sieht und, ähm, das ist auch gut so. So, und, ähm, jetzt werde ich mal einen kurzen Cut machen für euch und, äh, werde dann mal eben hier meine Sportecke zeigen und dann zeige ich euch das Bennikon und auch mein Fahrrad und so zeige ich euch nochmal, ne? Ansonsten sage ich an dieser Stelle schon mal, bis zum nächsten Video, macht's gut und tschüss! So, das ist also jetzt hier mein Bellycon, wenn ihr, wie ihr seht, schön in der Farbe Pink. So sieht das aus, da habe ich meine Fitnessmatte, das mache ich aber, ich habe das jetzt mal nur fürs Video jetzt so hier hingelegt, die Matte steht eigentlich ganz woanders, weil ich diese Tonübung natürlich jetzt nicht hier, äh, auf diesem kleinen Platz machen kann. Ja, und das ist hier, das ist so ein Magnet, äh, keine Ahnung, wie sich das nennt, ne? Das ist hier so dieses Fahrrad und dann kann man hier halt richtig da so mit dem Display, aber das ist nichts Besonderes, wie gesagt, ne? Das ist einfach nur so ein ganz stinknormales Ding und, äh, da seht ihr, dass ich, äh, da steht eine Minute neun und 24 Kilometer, aber in Wirklichkeit sind das 60 Minuten gewesen und eine Minute und neun, weil ich die 24 Kilometer schaffen wollte. Vorgestern war das. 24 Kilometer bin ich in einer Stunde gefahren. Ja, also, das sind, ähm, ganz minimalistische Dinge, okay, das Bellycon ist natürlich nicht, ne, aber dieses Fahrrad, ey, das ist damals wirklich irgendwie aus so einem Baumarkt oder so gewesen, das ist überhaupt nichts Besonderes, aber es hilft im Moment natürlich total gut, ja, und das Bellycon sieht so aus. Und dann kann man hier auch nochmal so das Schild sehen, ja, und es ist einfach schön, das ist schön und es, ähm, tut gut, da drauf zu stehen und es ist wirklich ein tolles Gefühl. Also, wenn man da so drauf steht, ich vergleiche das immer so ein bisschen so, als wenn man in Knetmasse einsinkt und wieder hochkommt, dann, das ist einfach, es fühlt sich einfach toll an. Wenn ihr die Möglichkeit habt und seht mal irgendwo so einen Laden oder so, so einen, ähm, Sportbedarfladen, ähm, geht da mal rein, lasst euch mal beraten und, ähm, vielleicht haben die da ja sogar so ein Bellycon und dann geht mal auf ein Bellycon und dann geht mal auf ein normales Trampolin und dann werdet ihr den Unterschied merken. Gut, das war's hier von dieser Stelle aus. Ich wünsche euch, äh, ein paar sportliche Tage und sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss! Musik